fantasy ja und damit herzlich willkommen zur 600 folge ja wir haben endlich 600 folgen erreicht nach 1 2 vielleicht sogar drei wochen auszeit jetzt ja haben wir jetzt trotzdem die 600 folge erreicht und die 600 folge ist wie schon angekündigt in der letzten folge also 599 ein speed up folge in denen ich die 5 3 bis 5 stunden bauzeit die ich investiert habe in die welt noch einmal zusammengefasst habe für euch dass auch alle nachvollziehen können was genau passiert ist wie ich zusammengebaut habe und damit auch jeder weiß was ich dann habe die folge ist recht schnell ist nur mit musik unterlegt weil dazu aber das natürlich ist natürlich so eine sache und ja sie gibt eine viertel stunde und vielleicht ein bisschen länger mit dem vorspann letztlich ich wünsche euch viel spaß dabei ich hoffe ihr könnt dann nachvollziehen wenn ihr nicht wisst wie ich irgendwas gebastelt habe und wir sehen uns dann morgen in der nächsten folge und da geht es ja wieder richtig los und bis dahin tschüss und ich wünsche euch viel spaß tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020